Moin Leute, heute habe ich eine günstige Powerstation von Aukitel im Test und wie immer kein Konsumergelaber bei mir, sondern Technikcheck. Ich schraube das Ding komplett auseinander bis es blutet und checke die Sicherheit, die Akkus, die Herkunft der Akkus und alles was ich an relevanten Details halt sehe. Also los geht's. Ja ok, schrauben wir die Kiste auf und schauen uns das Innenleben an. Denn letztlich ist es das was interessant ist. Erstmal prüfen wir, ob der Hersteller alles richtig angegeben hat. Hier ist mein Auszug des Herstellers. Schauen wir uns mal die Spannung an. Da steht jetzt irgendwie 12,8 Volt und 48 Amperestunden. Ok. 12 Volt kommt mir tatsächlich komisch vor, da ich die Akkus halt gesehen habe und wie die angeordnet sind und das sah mir eigentlich nach mehr aus. Deswegen gucken wir nochmal rein. Messen wir mal nach. Und ja, was sehen wir? Na sowas, das sind doch eher 21 Volt. Also wir haben hier kein 12 Volt System, sondern ein 24 Volt System. Was witzig ist, denn der Hersteller dann kennt offensichtlich seine eigene Spannung nicht. Also zumindest gibt er die falsch auf der Homepage an. Ok, gut, dass ich nachgemessen habe, denn sonst würden die Kabelquerschnitte und so weiter gleich überhaupt nicht mehr passen. Bei niedrigerer Spannung müssen die nämlich deutlich höher liegen. Ok, dann schauen wir mal, was schreibt er denn zu den Akkus? Also da steht irgendwie Lithium Iron oder Lithium Iron NMC oder NCM. Ok, diese Zellchemie gibt es nicht. Ja, weil Lithium Iron bedeutet normalerweise Lithium Eisenphosphat und das ist was anderes als NCM oder NMC. Das steht für Lithium, Nickel, Kobalt, Manganoxid. Und ersteres, also Lithium Eisenphosphat, würde ich persönlich bevorzugen, da diese Zellen eigentlich immer gewisse Sicherheitsvorteile mit sich bringen und auch eine längere Laufzeit. Außerdem sind die umwelttechnisch etwas besser. Aber NCM ist im Prinzip auch in Ordnung. Aber gut, schauen wir uns die Akkus einfach nochmal später genauer an. Ja, ich wünschte mir aber hier etwas mehr Sorgfalt bei den Angaben, weil das macht auf mich erstmal keinen guten Eindruck, wenn da einfach echt viel Blödsinn steht. Ist jetzt aber auch nicht absolut dramatisch für den Käufer, für mich zumindest zum Testen, aber wirklich eine nervige Geschichte. Und deswegen hat mich das so ein bisschen gestört. Aber wie gesagt, das geht jetzt nicht Richtung Betrug oder so. Ja, also die wichtigsten Angaben sind alle korrekt bei denen. Aber trotzdem macht das jetzt, wie gesagt, für mich nicht so einen mega Eindruck. Ja, alles klar. Als nächstes sehen wir uns mal alle relevanten Kabel an und prüfen, ob die Kabelquerschnitte gut dimensioniert ist. Denn wie gesagt, hier wird echt gerne gespart und bis aufs letzte Ampere ausgelegt. Ich hatte auch schon mal einen Test, wo das halt eigentlich in meinen Augen sehr, sehr kritisch war. Und deswegen gucken wir uns das mal genauer an. Also das erste Kabel geht vom Battery Management System zum Akku. Also hier geht quasi der gesamte Saft drüber. Also der ganze Strom, den der Akku so abgibt, muss hier irgendwie durch. Das sind jetzt zwei mal 12 AWG. Also AWG ist jetzt keine deutsche Einheit. Umgerechnet sind das dann pro Kabel 3,31 Quadratmillimeter Kabelquerschnitt zusammen. Dann 6,6 Quadratmillimeter, weil es halt zwei sind und der Strom sich dann entsprechend aufteilt. Bei 24 Volt ist eine 30 Ampere Sicherung verbaut und das wären dann insgesamt also absolutes Maximum, bis die Sicherung anspringt, 720 Watt Leistung. Schauen wir nochmal in der VDE-Tabelle für zwei bis drei adrige Leitungen und ein Silikonkabel nach. Und da liegen wir bei maximal 44 Ampere für ein Kabel mit 6 Quadratmillimeter. Klar, das sind jetzt zwei Kabel. Ich mache es mir jetzt hier gerade ein bisschen einfach. Aber das ist egal, weil das Ganze ist vollkommen in Ordnung, da die Kabel halt mit 30 Ampere abgesichert sind. Also es ist halt sogar so vorbildlich und so viel Raum noch nach oben, dass ich halt sagen würde, da braucht man jetzt nicht exakt nachzurechnen. Das passt auf jeden Fall. Also hier wurde auf keinen Fall gespart. Das finde ich schon mal ganz gut. Alles klar, ansonsten könnte noch der 12 Volt Anschluss mit 10 Ampere problematisch sein. Der ist ebenfalls mit einem 12 AWG Kabel ausgestattet. Das sind dann wieder grob drei Quadratmillimeter, ein bisschen mehr, aber das ist jetzt hier tatsächlich gar nicht so wichtig. Da liegen wir wieder bei 30 Ampere pro Kabel und wie gesagt mit 10 Ampere, die da maximal durchgehen, sind wir also absolut safe. Auch das ist komplett in Ordnung. Also die Kabelquerschnitte sind tatsächlich total super. Aber da habe ich nichts zu meckern gefunden. Deswegen fand ich gut. Also da war ich echt positiv überrascht. Naja, das einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, das war dieses Kabel hier. Das ist etwas geknickt, aber auch noch okay in meinen Augen. Positiv ist mir allerdings aufgefallen, dass die meisten Lötpunkte, die man hier so sieht, die waren nochmal irgendwie vergossen mit so einer Kunststoffhülle. Und ich bin wirklich gar nicht mal so leicht irgendwie drangekommen mit dem Multimeter. Und alle Stecker waren auch eher überdimensioniert. Also auch hier wurde nicht gespart und das fand ich tatsächlich eher vorbildlich. Also man hat da wirklich lieber nochmal eine Nummer größer genommen, was ich immer gut finde. Ich meine, was soll die Sparerei? Das ändert ein paar Cent irgendwie und die erhöhen die Sicherheit massiv. Und ganz ehrlich, ich muss zugeben, das hätte ich bei so einem günstigen Produkt nicht erwartet. Ich war wirklich überrascht, muss ich zugeben. Ja, die Akkus. Also das hat mich echt Zeit gekostet, da ich von 12 Volt ausgegangen bin und ich habe einfach gedacht, wie zum Geier ist das angeschlossen. Also es hat mich echt ziemlich genervt. Aber okay, es sind 54 Zellen, vermutlich mit der Zellchemie NMC. Die sind als 24 Volt System angeordnet und zwar immer sechs parallel. Also sechs sind einfach Plus am Plus, Minus am Minus. Und von diesen parallelen Packs sind dann alle sechs in Serie. Das nennt man dann ein 6S 9P System. Jetzt aber die riesen Frage, was sind da für Akkus drin? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich konnte nichts finden. Keine Zellchemie, keinen Hersteller, absolut gar nichts. Und normalerweise finde ich sowas eigentlich. Also ich weiß es wirklich gar nicht und das wäre ein Riesenproblem für mich, wenn ich das Ding kaufen wollen würde. Ich konnte wirklich nichts finden. Keine Zellchemie, keinen Hersteller, absolut gar nichts. Akkus unbekannter Herkunft und Qualität halte ich persönlich für potenziell problematisch. Das kann alles gut sein, muss es aber nicht. Ich kann es einfach nicht bewerten jetzt. So mit den Infos, die da draufstehen, keine Ahnung. Also hier bleibt einfach nur ein Fragezeichen. Wobei ich halt sagen muss, dass es im Prinzip ein ähnliches Problem ist wie bei dem Power Oak Test, den ich damals gemacht habe von Blue Etty. Da waren die Akkus in meinen Augen auch sehr problematisch. Okay, aber so müssen wir jetzt so stehen lassen. Jo, das Teil gibt es bei Amazon für 500 Euro und merkwürdigerweise bei Aukitel auf der Webseite für 400 Euro. Das fand ich schon mal irgendwie krass, aber gut. Ja, meinetwegen. Also kauft lieber wenn dann bei denen, wenn ihr das irgendwie in Betracht zieht. Die Firma ist definitiv ein Chinese und die haben mich damals gebeten, das Teil zu testen. Als Test verstehen die meisten von den Shops, die ich ja so kenne, meistens aber eher so Gratis-Werbung auf YouTube. Das mache ich halt nicht. Dann habe ich denen halt gesagt, ich mache auch ein Testprotokoll und gucke da rein und werde das so gut bewerten, wie ich es irgendwie kann. Da waren die tatsächlich erstaunt, also da kam auch als Antwort irgendwie, ah, Testprotokoll, oh, das wussten wir gar nicht und so. Aber okay. Ich habe denen dann auch noch die Möglichkeit gegeben, zurückzuziehen. Haben die aber nicht getan. Die haben sich dann gesagt, die wollen sich dem Test stellen. Da habe ich gesagt, alles klar, können wir machen. Und anstatt das Teil danach zurückzusenden, darf ich es für wohltätige Zwecke spenden. Genau das habe ich auch schon lange getan. Es ist in die Ukraine gegangen. Dafür ein dickes Plus und auch ein Plus für den Mut, bei mir einen Test zu machen, weil ich bin nicht immer nett, was das angeht. Und aber auch fürs Spenden fand ich schon eine coole Sache. Also wie gesagt, finde ich fein. Schützt aber nicht, denn meine bisherigen Erfahrungen mit dieser Art von kleineren Geräten war tatsächlich durchweg negativ, muss ich ganz ehrlich so sagen. Würde ich das Teil kaufen? Fazit für mich, Kabel super, Elektronik war auf den ersten Blick ebenfalls alles in Ordnung. Also da war ich sehr positiv überrascht. Bei den Akkus bleibt ein riesen Fragezeichen. Das wäre für mich ein großes Problem. Zudem sind einige Angaben auf der Webseite falsch. Zwar jetzt nichts Betrügerisches, also Leistung, Kapazität und so weiter, das passt alles. Aber ob der Akku nun 12 Volt oder 24 Volt läuft, das sollte man eigentlich schon wissen. Und auch welche Zellchemie verbaut ist. Ich meine, okay, das lässt sich jetzt schnell ändern und dann wäre das auch in Ordnung für mich. Aber ich denke, dass es auch nur ein Flüchtigkeitsfehler war. Aber ich bitte auch wirklich darum, das zu ändern. Super fand ich, dass ich das Gerät in die Ukraine spenden dürfte, also dafür ein dickes Plus. Würde ich es kaufen? Nein. Warum? Weil die Akkus einfach unbekannter Herkunft sind und das ist mir zu krass. Wenn man damit überleben kann, ist das Teil komplett in Ordnung. Ansonsten hatte ich rein technisch gesehen nichts auszusetzen. Und ganz ehrlich, ich hatte vor einiger Zeit den Power Aug von Blue Etty im Test. Und ich fand dieses Gerät jetzt hier tatsächlich besser als den Power Aug, obwohl der, glaube ich, teurer ist. Also die Akkus waren bei beiden fragwürdig. Aber die Elektronik fand ich jetzt hier bei diesem Augitel Gerät echt besser. Und das hätte ich wirklich nicht erwartet, muss ich zugeben. Und für mich ist sowieso klar, DIY ist immer geiler. Also ich würde mir so ein Ding einfach, würde mir ein paar ordentliche Zellen, gebrauchte Zellen bei Encon oder so bestellen. Und das Ding einfach selber zusammenbauen. Das wäre viel billiger und viel geiler, finde ich. Aber okay. Klar hat nicht jeder Bock drauf, verstehe ich auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da und ein Like. Und ich freue mich mega über sowas und sage bis zum nächsten Mal. Tschau.